Ja, wir befinden uns hier direkt in der Löwelstraße zwischen dem Kaffeelandmann und dem Wiener Burgtheater und im Hintergrund sieht man bereits die Aufbauarbeiten zu einem sehr großen Zelt, genauer gesagt mehreren Zelten, die hier für die Abschlusskundgebung der SPÖ am Samstag genutzt werden sollen. An und für sich ist daran nichts Besonderes zu bemerken. Zelte dieser Art werden regelmäßig von Parteien für ihre Veranstaltungen verwendet, allerdings das Bekannte und auch Brisante daran ist, dass es sich um ein Zelt handelt, das nicht aus Österreich stammt, auch nicht aus Wien, sondern das eigens aus Bayern von der Firma Bavaria Zelte aus Bayern herangekarrt wird. Und da darf man sich natürlich schon die Frage stellen, dass bei einer Partei wie der SPÖ, die ja auch in diesem Wahlkampf ein ganz besonderes Augenmerk auf den Klimawandel und die Reduktion von CO2 gelegt hat, inwiefern es hier wirklich zu vertreten ist, dass eine Firma herangezogen wird, die über mehrere hunderte Kilometer fahren muss, um dann hier ein Zelt aufzubauen, das dann wieder abzutransportieren und wiederum zurück nach Bayern zu verfrachten. Dies scheint eigentlich nicht im Sinne des Erfinders zu sein und da muss man sich schon fragen, wie diese Entscheidung begründet ist. Auf unseren Nachfragen haben wir erfahren, dass das offensichtlich eine Firma ist, die schon regelmäßig hier mit der SPÖ zusammenarbeitet. Allerdings muss man hier schon hinterfragen, wie weit hier ein ökologisches Bewusstsein hierzu Entscheidungsfindung beigetragen hat. Oder vielleicht auch ist das hier auch den EU-Ausschreibungskriterien, die ja über weitere Grenzen und im EU-Binnenland stattfinden müssen, geschuldet ist. Das kann natürlich auch sein, denn EU-Vergaberegeln, die geben vor, dass hier quasi der Beste und Günstigstbieter, auch wenn er nicht aus dem eigenen Land, der Vorzug gegeben werden muss. Das heißt, der Wirkungsmechanismus der EU-Vergaberichtlinien stehen in einem direkten Widerspruch zu einer sinnvollen Klimapolitik, da hier sozusagen wenig der Regionalität, dem Nachzug und dem Verfrachten auf globaler Ebene den Vorzug gegeben wird.